Fahre ich erst mal in den Urlaub. Okay, das waren erstmal ein paar Zombies. Vielleicht lese ich die anderen auch mal vor. Naja, mal schauen. So, bevor es jetzt hier weitergeht. Hast du schon mal den Zombie gespielt? Ist genau so, als würde man Eichhörnchen jagen. Du weißt schon, diese wurschligen kleinen Asinaga, die Löcher in deinen Rasen buddeln. Ja, genau so. Nur, dass sie kleine Eichhörnchen sind. Und wie Zombies stinken. Und statt einer Schaufel gibt es einen Holzhammer. Und statt mir haust du sie platt. Ach, ich wollte aber dich platt hauen. Schade. Okay. Wir gehen jetzt erstmal ins Menü. Oh, cool. Hey, das macht richtig Spaß. Lustig. Hau den, Zombie. Hau den, Zombie. Mach ihn tot. Hau. 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 Hau den, Zombie. Hau den, Zombie. Hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt. 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 Mach ihn dumm. Oh, er ist auch schon dumm. Sorry. Dumm. Mach ihn schlau. Aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Hau den, Zombie. Hau den, Zombie. Hau den, Zombie. Hau ihn tot. Hau ihn tot. Sau, die laufen ganz schön schnell. Hau die, Zombies um. Bum. Bum, 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 bum. Du, 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 du. Du, 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 du. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Und tot seid ihr alle Spassen. Verreckt ihr dummen Vollidiotas. Und zack, und zack. Und weg mit euch. Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. beng 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 zack 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 und weg mit euch zack oh letzte welle zack 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 ola ola ich mache euch alle fertig fertig ich zack und klack ein lila farbener bundt ab pels die tütte das sieht irgendwie voll zugetrönt aus lässt ein zombie für dich kämpfen cool also so ein hypno spaßt bla 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 Hast du sieben? Ja gut, komm Mach's gut erst mal, ciao Okay Ich mach jetzt erstmal kurz eine Aufnahmepause Wir sehen uns gleich wieder So, die Aufnahmepause ist vorbei So, jetzt der World abgerockt, Leute Was nehmen wir denn Schönes? Wir spielen jetzt Yu-Gi-Oh Ähm, ja Was nehmen wir denn hier für schöne Karten? Den hier und den und den und den und Ähm, ähm, und den hier Den hier und den hier Oder wollen wir den nehmen? Oder wir nehmen, ja, ein Pustepilz nehmen wir noch So und let's get ready Du mach die Zombies platt Yeah Los geht's Auf die Plätze, fertig, pflanzen, los Hä? 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 Keine Ahnung Einfach los, einfach drauf losgelegt So Den hier hab ich irgendwie ein bisschen falsch angelegt Gleich wieder weg damit Wir brauchen erstmal eine Menge Sonnenpilze Weil die ja nur 15 Sonnenstrahlen produzieren Und es ist ziemlich wenig So Aber wenn die dann groß geworden sind Dann bringen sie natürlich viel mehr Als die normalen Ähm Sonnenblumen Genau Und wir müssen erstmal schauen Dass wir hier den Zombie platt machen So Kopf ist schon mal ab Tod ist auch Aber da kommt schon der nächste Und ja Und ja Gut Wir haben jetzt hier 3er Da 2er Ja, das wird schon Am besten stellen wir hier erstmal eine Walnuss hin Und dann werden wir mal sehen Mal schauen Hier warten wir kommen Oh, Geld Money, Money Money, Money, Money So funny Du killed the Zombies Yeah So, so, so Oh, jetzt haben wir einen Hypnopilz Mal schauen, ob der Hypnotisiert der jetzt Oder Sieht nicht so aus Hm Ich glaub, den muss man Als erstes In die Front stellen Aber mal schauen, mal schauen Hey, wie gesagt Mal schauen Hm So Feuert mal eure Blubberblasen Weiter Oh, schon wieder Money, Money So Zack, 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 zack Also Wir sehen das hier irgendwie Es geht richtig chillig ab Wir haben jetzt hier schon Zwei große Sonnenpilz Blumen Teile Aber was ist das? Boah, scheiße Das ist ja ein riesiger Sportler Das ist hier so ein Rugby-Spieler Boah Der ist ziemlich groß Riese Mhm Und der hat auch hier so einen Totenkopf drauf Aber mal schauen Oh, oh Äh, sieht nicht gut aus Der frisst hier Alles kaputt Und die zwei kleinen Typen Bringen irgendwie grad gar nichts Aber mal sehen Wir haben ja hier noch einen Hypnopilz Zur Sicherheit Und Ja, mal schauen Und jetzt mal hier beim Hypnopilz schauen Oh, jetzt greift er die anderen an Cool Leider kommt da grad keiner Oh, oh Und hier der Rugby-Spieler Das sieht ja gar nicht gut aus Aber jetzt gehört er uns Juhu Das ist cool Ich glaub die Hypnopflanze behalten wir Hier, jetzt Fressen die sich gegenseitig Geil Haha Genial Genial Oh, unsere Pilze Sind fast alle ausgewachsen Das ist natürlich auch gut Denn Oh, wir haben jetzt hier schon 500 Das geht ja Razzi, frazzi Razzi, patzi Razzi, schatzi Hä? Nein Übelst, äh Schnell geht das hier So, jetzt haben wir sogar schon fast alle Und schon die letzte Welle Oh Das ging aber schnell Hier nochmal eine Couch-Bombe Bäm Und zack Fast alle weg So, einfach hier nochmal ein paar Pustfilze Es leben noch vier Es leben noch drei Zwei Zwei Und Einer Einer lebt noch Und wird das schaffen Was glaubt ihr? Ich glaub's nicht Oh Tut mir leid Was ist denn das für ein Röhrenpilz? Haha Das sieht ja komisch aus Distanzschütze Der sich versteckt Wenn sich Der Feind nähert Angsthasenpilz Ah, cool Wie Wir 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 Vielen Dank.